Hallo zusammen, ich bin Dario, ich mache die Lehre bei Oberholzer Bauleistung als Mauerer EFT. Heute nehme ich euch mit auf diese Baustelle hier und zeige euch, was ich so den ganzen Tag mache. Die Firma Oberholzer ist ein Familienbetrieb und in der Region tätig. Ich kenne jeden Arbeiter und siehe mich auch. Mir gefällt, dass alle Mitarbeiter gut ausgerüstet sind und mit modernem Material arbeiten können. Jede Baustelle und jedes Gebäude ist anders. Das macht den Beruf abwechslungsreich. Mir gefällt am Beruf, dass man grössten Teils im Freien ist und handwerklich arbeiten kann. Zudem sieht man Tag für Tag das Resultat deiner Arbeit. Ich hoffe, ich habe dieses Interesse am Beruf Mauerer ein bisschen wecken können. Ich bewirb dich heute noch um eine Lehrstelle bei Oberholzer Bauleistungen anzugehen. Tschüss zusammen!